Anna, ich wurde bis Freitagabend knapp 37 Mal gefragt, ob ich nervös bin. Natürlich ist man nervös vor so einem Tag, aber ich bin jeden Tag nervös, weil ich jeden Tag dankbar bin, dass ich dich sehe. Und ich wünsche mir natürlich jeden Tag, dass ich dir noch unendlich viele Tage schenken darf. Und ich bin so unglaublich dankbar, dass du diese Zeit mit mir verbringen möchtest. Du bist so wundervoll, ich könnte nicht glücklicher sein. Du bist so unglaublich nett zu allen Menschen. Du bist mein absolutes Vorbild im Umgang mit Menschen. Ich werde alles dafür tun, dass es dir gut geht. Und wenn es nötig ist, werde ich jeden Baum umlaufen, der dir im Wege steht und jeden, der dich schief anschaut. Und ärgert, werde ich dich zur Seite schieben. Ich liebe dich. Jim, mein Held. Es vergeht kein Tag, an dem wir uns nicht sagen, dass wir uns lieben. Und selbst das scheint zu wenig zu sein. Dich so sehr lieben zu dürfen und ebenso von dir geliebt zu werden, ist das größte Geschenk und ich bin unglaublich dankbar dafür. Dem Moment, als du bei unserem zweiten Date am Kostrupener See lagen und du mir tief in meine Augen geschaut hast, werde ich nie in meinem Leben vergessen. Du sahst mich einfach an, aber es fühlte sich an, als würdest du durch mich und in mich hineinschauen. Du siehst sogar oft noch so viel mehr, als ich selbst in mir sehe. Du machst mich zu einem besseren Menschen. Du nimmst mich an und liebst mich so, wie ich bin. Du bist da, wenn ich dich brauche, beschützt mich und glaubst an mich. Du raubst mir den Atem und die Worte. Du liebst mich. Alles, was ich will, ist dieses Leben dir zu teilen. Mein Platz wird immer an deiner Seite sein. Das verspreche ich dir. Danke, dass du mich zur glücklichsten Frau auf dieser Erde machst. Bevor ich dich traf, da muss ich blind gewesen sein. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich weiß, wo ich war, aber ich weiß auch ganz genau, wo ich hin will. Und mit dir, da könnte ich überall hingehen und ich wäre glücklich. Ich treffe dich. Ich schätze mich. Ich schätze mich. Ich schätze mich in den Luft. Ich gehe in den Forderungen. Ich bin in den Forderungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr seid dazu gemacht, zusammen Ziele zu erreichen, Seite an Seite, komme was da wolle. Ihr beide, ihr habt den Jackpot geknackt und gewonnen habt ihr jemanden, der einem nahe ist, egal wie weit er entfernt ist, bei dem man sich öffnen kann, so wie man es vorher nie konnte, bei dem alles von Herzen kommt. Das ist alles, was zählt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tage wie diese, die werden euch für immer im Gedächtnis bleiben. Auch in vielen, vielen Jahren noch. Dann nämlich, wenn eure Gesichter voll von den Linien jedes Lächeln sind, das ihr jemals gelächelt habt, von jeder Überraschung, die ihr je durch die Augen des Anderen gesehen habt. Und wenn jede Träne, die ihr jemals geweint habt, Spuren in eurem Gesicht hinterlassen hat, dann werdet ihr euch umso mehr schätzen, denn ihr wart immer da und habt es mit dem Anderen erlebt. also wie ein mit dem Angebirge ist, die wir im Gedächtnis haben. Und ja, die ich zum nächsten Mal. Vielen Dank.